Moin moin und herzlich willkommen bei Arno 1800. Ja, wie ist das mit dem Auftrag? Hier gibt es einen neuen Auftrag, okay. Ähm, ich werde mich bemühen. Wo ist denn das Schiff? Du kannst jetzt bitte mal... Acht Schweine holen und wir sind ja gerade dabei, neue Inseln zu entdecken in der neuen Welt. Und natürlich auch, äh, genau, hier haben wir eine Insel. Da ist Bananen und so drauf. Hier ist Kaffee und Kakao drauf. Was fehlt denn eigentlich noch? Kaffee, Perlen, ne? Irgendwie Perlen. Dann erobern wir jetzt erstmal Inseln, damit wir sie auf jeden Fall schon mal haben. Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wann wir denn aus Versehen in Krieg ausbrechen. Äh, ja, mal mehr, mal weniger, nimm mal satt, ne? Ähm, du kannst jetzt aber eigentlich hier unser Schiff beschützen. So. Und wo ist denn unser Boat, Schiff? Hä? Schon angekommen. Holz, es gibt wieder Holz, Holz, Holz. Kann ich nämlich auf der Insel auch Schweine züchten? Ähm, hehehehe. Beziehungsweise Wurst machen. Haben wir ja noch gar nicht. Uh, ja, dann versenkt es gleich. Dann ist ein Privat, äh, Piraten-Schiff weniger. Sammeln wir gleich mal die Objekte ein. So, Wurst wollten wir hier noch machen. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. Schweinefarben habe ich auch noch nicht gebaut. Aha. Was ich alles noch nicht gebaut habe. So, erstmal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr auch besser gucken. Zack. Aha, nee. Nööööööy Hey, ich kann sie noch drehen, cool Ähm So Das passt Gehe noch eine Schweinefarm hin Da, da Da, da, da Und zwei Wurstfabriken Wunderbar Dann bekommen sie nämlich auch schon mal Wurst Dann gucken wir jetzt nochmal nach dem Schiff da haben wir eine Piratenflacke bekommen. Die bringt uns aber gar nichts. Gut, dann fährst du noch mal zum Konto und holst Schweine ab. Wie ist das mit der neuen Welt? Ach, da sind sie. Gut, da sind sie gerade auf Fahrt. Ich weiß gar nicht, was wir noch brauchen. Zuckerrohr, genau. Zucker, Zucker, Zuckerrohr. Zuckerrohr fehlt. Nein, fehlt auch nicht mehr. Baumwolle haben wir auch. Gold haben wir. Gold, Öl. Also eine Insel hier drüben würde ich ganz gerne noch mal einnehmen. Dass wir auch in der neuen Welt drei Inseln haben. So, jetzt wird aber hier die Feuer? Wo? Immer ein schlechtes Zeichen, wenn es brennt. kommen sie davon ins Grabe. Interessant. Interessant. So, dann belagern wir noch mal ein bisschen den Holzfäller hier mit noch ein bisschen Wolle. Den kommt hier nämlich auch ein Segeltuchmacher hin. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ähm, das bin ich auch. Beziehung verkümmern. Aha, okay. Ja, meine Güte. Kann vorkommen. Ja, manchmal ist das so. Können wir die Beziehung mit dem Hein Mück irgendwie noch Nicht-Angriffs-Pack bitten. Gut, das will er nicht. Shit. Ich habe gehofft, dass wir irgendwie trotzdem weiterhin Frieden mit ihm haben können, auch wenn wir da jetzt nicht unbedingt ihn wieder fröhlich stimmen können. So, hier werden schon mal Häuser gebaut, denn wir brauchen gleich wieder Einwohner. Ach, ich habe hier kein Holz mehr. Gleich habe ich wieder Holz. Zack, wunderbar. Dann kannst du auch wieder zurück und kannst dann noch mal Holz holen. Schon wieder Feuer? Uh, uh, ähm. Huppala. Da brennt es aber ordentlich. Kann ich die auch noch? Nein, die kann ich natürlich nicht mehr mobilisieren. Dann bauen wir noch am schnellsten noch mal eine Feuerwehr, auch wenn das jetzt ewig und drei Jahre dauert, bis die ausrückt. Zack, bauen wir hier noch mal eine hin. Alter, Großbrand. Boah. Ja, da werden einige Häuser zu Bruch gehen. Da können wir von ausgehen. Was ist mit dem Schiff? Das Schiff fährt immer noch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, das braucht noch eine Weile. Ja, nichtsdestotrotz. Ah, cool, der hat einen Auftrag für uns. Vielleicht können wir den dann wieder ein bisschen besser stimmen. Halten Sie Bilanzen von 632 von 1000. Okay. Für fünf Minuten. Kriegen wir hin. Mögen wir noch ein paar Häuser bauen? Ähm. Und dafür gibt es sogar 20.000, äh, Belohnung. Zack, hier können wir noch ein paar Häuser bauen. Hier noch ein paar Häuser bauen. Zack. Hier haben wir eben schnell eine Straße. Blank gezimmert. Ja, das, das kommt gleich wieder. Äh, hier nochmal ein Haus hingesetzt. Hier können wir auch noch. Hier auch noch. Fünf Minuten lang eine Bilanz halten von 1000. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. So. Ich gehe ganz stark davon aus. Zack. Dann bauen wir hier nochmal ein paar Bauernhäuser. Ähm. Hier ziehen wir auch nochmal welche lang. Äh, jetzt haben wir schon fast 1000. Ähm, wie ist das jetzt mit der anderen Insel? Das ist das Schiff, ne? Cool. Müll. Einmal das raus, das raus. Schweine. Wo haben wir noch Schweine? Wir haben keine Schweine mehr. Warum haben wir keine Schweine mehr? Äh. Sind wir auf der anderen Insel noch Schweine? Ich brauche ein Kontor. Gerade nicht. Es tut mir echt leid. Ja, wir haben hier noch Schweine. Wann fährst du bitte hier hin? Und was ist jetzt mit dem Feuer? Das brennt immer noch. Okay. Wir können hier aber nochmal mobilisieren. Und dann sollte das schneller gelöscht werden. Das Haus können wir schon wieder aufbauen. Das können wir auch nochmal aufbauen. Das können wir auch noch aufbauen. Das ist zu dicht am Feuer. Na komm, löscht das eine Haus noch. Und die Bilanz geht nach oben. Überlassen Sie es nicht den Flammen. Nee, habe ich nicht vor. Vor allen Dingen brauche ich die Kohle von euch. Hm. Variety. Aber dann haben wir wieder Wartungskosten von 100. Äh. Später. 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 Ähm. Wir können aber nochmal ein paar Arbeiter erweitern. So. Ja. Und nochmal ein paar Handwerkerhäuser. Jo. Manchmal ist das schon. So, dann läuft auch schon die Zeit. 4 Minuten 46. Wunderbar. Dann ist die Bilanz schon mal gar nicht mal so schlecht. Die anderen Schiffe sind alle unterwegs. Was machen wir in einer neuen Welt? Mist, da haben wir gleich die Piraten gefunden. Ähm. Dann segelst du mal bitte in die Richtung. Und ich hoffe, dass du jetzt mal nicht abgeschossen bist. Nee, sieht gut aus. Es sieht gut aus. Eine Bilanz von 1500. Krass. So, wir können nochmal ein paar Handwerkerhäuser bauen. Dann können wir auch das letzte, glaube ich, freischalten. Ähm. Nähmaschinen. Genau, Pelze. Wunderbar. Dann können wir auch demnächst auch Pelze herstellen. Und die Bilanz geht immer weiter nach oben. Jetzt haben wir Kohle. Jetzt läuft der Lachs. Wie ist das hier mit Lebensmitteln? Ja, Schnaps haben wir hier aber nicht. Warum haben wir keinen Schnaps mehr? Ach, weil wir das noch gar nicht gebaut haben. Etche, 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 page. Bauen wir jetzt mal eine Schnapsproduktion. Wenn wir Holz hätten. Holz haben wir auch nicht mehr. Äh, wir brauchen wieder das Schiff. Wir müssen neues, frisches Holz her schaffen. So. Alle Plätze, beziehungsweise sämtlichen Platz ausnutzen. Den man hier so hat. Ähm. Dann würde ich den gerne hier hinsetzen. Machen wir die Straße noch ein bisschen weg. Wenn wir da auf Felder hinsetzen können. Wir brauchen Holz, 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 Holz. Äh. Hat sie jetzt genug? Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Perfekt. Denn einmal den schon mal aufwerten. Und den schon mal. Und Schnaps. Zwei mal Schnaps. Äh. Ja, passt. Wunderbar. So. Was ist mit den Schiffen? Gut, das eine ist angekommen. Wunderbar. Dann nehmen wir schon mal das Holz und die Steine mit. Und dann kannst du noch mal rüberfahren. Du bist noch nicht ganz da. Schade. Aber die Bilanz haben wir schon fast drei Minuten gehalten. Das ist sehr gut. Was ist jetzt mit der neuen Welt? Äh, da hat er sich wieder breit gemacht. Okay. Ein neuer Auftrag. Ist hier vielleicht noch eine Insel? Ansonsten nehmen wir die da oben ein. Ganz links. Äh, also oben in der Spitze. Wenn wir keine Insel mehr finden. Sind unterwegs. Hier so eine kleine Insel, aber das lohnt sich eher nicht. Gut. Wir haben wieder Holz. Schnaps. Schnaps. So, dann wird auch schon mal Schnaps produziert. Das wahre Glück auf Ehren. Auf jeden Fall. Brot. Brot. Das kommt ganz drauf an, ne? Dann werden wir hier auch noch mal Brot auf der Insel machen. Hui. Zack. Ähm, ja. Wanderbar. Nummer eins. Hier kommt Nummer zwei. Wunderbar. Da brauchen wir eine Mühle. Und zwei Bäckereien. Wunderbar. Was ist mit dem Schiff? Ah, immer noch nicht angekommen. Aber jetzt. Wir brauchen Schweine. Ganz schnell. Wir haben nämlich nur noch 16 Minuten. Und 20 Sekunden. Dann haben wir noch die, dann haben wir auch die Bilanz geschafft. Was ist mit der neuen Welt. Was ist mit der neuen Welt? Gut. Da sind sie noch am Fahren. Ab in die alte Welt zurück. Da, 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 da. 19.000 auf dem Konto. Die haben sich also irgendwie durchgemogelt. Sie haben sich also irgendwie durchgemogelt. Ja, genau. Hauptsache, ähm, du bist einigermaßen zufriedener mit mir. Was ist mit dem jungen Mann? Wahrscheinlich. Mein Dank ist immer aufrichtig. Wunderbar. Ja, ähm, dann passt das doch schon mal. Das Schiff ist angekommen. Das Schiff ist angekommen. Ne, nicht immer ein, sondern gleich mehr. Wunderbar. Und dann kannst du, haben wir hier irgendwie was über, was wir mitnehmen können? Ein bisschen zu viel Fisch, ne? Klauen wir uns mal den Fisch. Ein paar Klamotten können wir uns auch noch klauen. Können wir wieder zur Hauptinsel hinbringen. Fisch ist gut schnappt, das gibt Klamotten, ist hier nämlich schlecht. Ähm, wir haben aber Wolle en masse. Dann bauen wir einfach nochmal eine bis zwei Weber rein. Wenn denn irgendwo hier Platz wäre. Ist es aber nicht. Hier ist noch Platz. Irgendwo ist hier, hier ist auch kein Platz. Hier ist aber Platz. Eins, zwei. Wunderbar. So, dann sind die auch besser versorgt. Jetzt haben wir hier genügend Steine und auch ein bisschen Holz. Dann können wir jetzt schon mal Brot machen, auch auf der Insel. Zack, die Mühle kann dann auch arbeiten und die Bäckereien können auch arbeiten und wir sollten hier auch mal so einen kleinen Steinweg machen, dass die ganzen Produktionen auch schneller beliefert werden können. Zack, jetzt fehlen uns noch 16 Arbeiter. Und eigentlich würde ich auch am liebsten gerne das Lager da erweitern. So, genügend Arbeiter, passt. Schiffe sind unterwegs. Ätsch, ätsch. Ähm, gut, es ist keine weitere Insel da, denn was gibt es auf der kleinen, hier gibt es nochmal Krautschuk und Perlen und Mais. Hier gibt es Perlen und Mais. Wir nehmen die größere, oder wir nehmen einfach beide ein. Komm, zack. Ist halt so. Einfach nochmal hier hin. Und dann nehmen wir beide ein und dann können sie uns mal kräftig an die Füße fassen. Ja, dafür noch die Waren. Ich würde aber auch gerne hier das Lagerhaus erweitern. Aber die Schiffe sind leider noch unterwegs. Wie ist das jetzt hier mit den Klamotten? Das dingt leider noch. Die Webereien arbeiten aber schon, ne? Wo habe ich, hier habe ich die hingesetzt. Ja, da steigt die Produktion. Schnaps ist gut da. Das ist auch alles. Paprika. Kann ich das Lagerhaus nochmal? Ne, das kann ich nicht mehr erweitern, ne? Ich könnte höchstens nochmal Kontoren bauen. Ne. Wie heißen die Dinger noch? Ach, Mensch. Ja, ja. Ja, ja. Das ist doch super. Das freut uns beide doch. Ähm, die Pus könnte ich nochmal bauen, um den Warenbestand einfach zu erhöhen. Aber gerade eher nicht. So, ihr seid auf dem Weg zu der Insel. Es ist jetzt zum größten Teil nur noch, äh, wechsel dich. Oder Spiel wechsel dich oder irgendwie so. Mäuschen wechsel dich. Koordinaten eingezeichnet. Ähm, ne. Du kannst mal zur, hier zur kleinen Insel und mal Sachen wegholen. Die Puli-Tai-Wache können wir hier bauen. Hier hinten können wir das Theater bauen, ne? Genau, das Variatee können wir auch bauen. Welch freudvolles Abbild von Ihnen. Auf jeden Fall. Ähm. Pilsmäntel und danach braucht er die Uni. Dann können wir aber, glaube ich, schon große Schiffe machen, ne? Ja. Ich will nur noch ein bisschen Holz. Es fehlt Holz. Es fehlt Holz. So, Brot stellen wir her. Genau. Auf jeden Fall. Dann sollten wir jetzt so langsam anfangen, Seife herzustellen. Und das Lagerhaus ist völlig überarbeitet. Und bauen wir hier nochmal eins. Wenn wir denn genügend Holz haben. Holz ist ein schwieriges Thema. Ähm. Hier läuft's aber. Fisch ist genügend da. Schnaps ist genügend da. Und es fängt schon wieder an zu brennen. Und auch genau auf dieser Insel. Fantastigerisch. Dann fangt man an zu löschen. Da sind die Feuerwehren schon unterwegs. Das dürfte aber schneller gehen. Dadurch, dass wir gleichzeitig beide mobilisieren konnten, sind vier Feuerwehren eigentlich im Einsatz. So, das ist schon mal gut. Hm. Was tun wir auch genug? Stimmt, hier produzieren wir ja schon Stahlträger, ne? Was ist das mit den Schiffen? Eins ist angekommen. Genau. Einmal Fisch weg. Und einmal Klamotten. So. Nee, ich wollte hier... Nee, komm. Ich wollte den Fisch ein bisschen hochstellen, damit er nicht so schnell verkauft wird. Zack. Klamotten kann ich auch höher stellen, damit sie auch nicht so schnell verkauft werden. Schnaps auch. Ähm. Jetzt geht auch die Wurst runter. Siegeltuch kann auch höher. Kohle kann höher. Brot geht auch runter. Oh Mann, ey. Zack. Kaufen wir noch irgendwas? Nö. Gut. Damit wir einfach viel, viel mehr auf Lager haben. So, dann fährst du aber auch hier unten hin. Dann schnappst du dir einfach mal das Holz. Und fährst los. 17. Yay, 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 yay. Zack. Dann dürfte das Lagerhaus ein bisschen entlastet werden. Zumindest sollte es funktionieren, hoffe ich. Ich hoffe es und gehe ganz stark davon aus. So, genau. Brot läuft. Seife. Beziehungsweise erstmal Stahl. Ähm, Kupfer. Nein, nicht Kupfer. Steinkohle und Eisen. Wo ist denn Eisen? Eisen ist hier. Eisen, Mine. Wir hatten noch Holz. Ist das cool. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ähm, mal einen Weg dahin bauen. Am besten auch gleich eine Feuerwehr. Denn, was ist das? Steinkohle. Kann ich noch keine Mine bauen, weil ich einfach zu wenig kann ich doch bauen. Cool. Hm. Gleich einen Weg hier hin. Und am liebsten auch nochmal ein Lagerhaus. So, dann brauchen wir... Ja gut, können wir eh noch nicht bauen. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Die Fregatte ist unterwegs. Das Schiff ist unterwegs. Hier können wir aber schon mal... ...ein Linien-Schiff bauen. Das ist doch gut. Haben wir hier eigentlich auch nochmal was, was wir ausbauen können, müssen? Ähm, kein Lagerhaus in Reichweite. Warum nicht? Hey, ich kann da auch keins hinsetzen. Zack. Jetzt hast du ein Lagerhaus in Reichweite. Oh, eine Inspektion. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kontrolliere ganz genau. Es gibt einen neuen Auftrag. Mal sehen, ob sie ihren Grundsätzen treu bleiben. Kämpfen sie notfalls dafür. Retten sie drei Schiffsbrüche. Aber ich habe kein Schiff. Zu Neuweld, genau. Bevor wir das vergessen. Hier nochmal ein Kontor setzen. Ja, ja, noch ist alles bereit. Ähm, Träger. Auf jeden Fall. Dann werden wir jetzt nochmal die letzte ein. Das ist mir egal, was dir zusteht. Jo. Die Insel ist auch noch frei, ne? Die könnten wir auch nochmal einnehmen. Das ist doch sehr nett. Das kann sie auch weiterhin tun. Das würde ich genauso machen. Ähm, hier fehlen noch Arbeiter. Jetzt sind hier genügend Arbeiter. Ja, genau. Und jetzt haben wir das eine Lagerhaus schon mal entlastet. Dann können die, ne? Hin und her switchen. Hätte ich beinahm gesagt. Wunderbar. Wunderbar. Wie ist das jetzt mit den Klamottos? Klamotten steigen. Schnaps ist stabil. Wurst geht runter. Wir haben aber auch keine Schweine. Dann würde ich nochmal eine Schweinefarm bauen. Und nochmal eine Wurstfabrik. Wenn wir irgendwo Platz finden. Hier können wir keinen Weg zwischenbauen. Äh, zent. Wir können uns aber weiter hier ausbreiten, ne? Einfach mal hier quer durch den Wald so einen Weg rein. Ja, komm. Ähm, hm. Ja, hm. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen... Platz. Ja, ja. Schlaf mal, du. Schlaf mal. Kannst dir gerne machen. So, wurscht. Alle Lagerhäuser komplett ausnutzen. So, ich hier nochmal. Und zwei Würstchen. So. Dann sollte das auch wieder steigen. Schiffe. Yeah. Schiffe sind angekommen. Holz. Schnaps. Am liebsten nochmal Klamotten. Einfach, weil wir das für die andere Insel brauchen. Zack. Wo wir das rüber... Ah, das andere Schiff ist auch wieder angekommen. Es gibt wieder Holz. Fisch geht runter. Fisch, 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 Fisch. Fischiger Fisch. Bauen wir nochmal eine Fischerhütte. Reicht noch nicht. Die letzten sieben Bretter umladen können. Jetzt aber, ne? Bereit für neue Befehle. Jep. Dann kannst du auch wieder los. Was ist hier zu viel? Eigentlich nichts. Bisschen Wurst vielleicht. Siegeltuch. Na komm, dann nimmst du mal ein bisschen Wurst mit. Alles an Tüchern, was da ist. Ach, dann kannst du wieder abhesen. Jep. Was für Koordinaten. So. Dann fangen wir nochmal an, hier ein bisschen Stahl zu produzieren. Erstmal Lagerhaus. Feuerwehr. Hochofen. Und Stahl. Wenn's denn irgendwo hinpasst. Ja, eigentlich nur hier, ne? Kanonen. Passt nicht. Das passt nicht. Kein Platz. Kein Platz. Das ist doch nett von den Menschen. Dann lass ich sie doch auch sehr gerne hochleben. Dann bauen wir das hier hin. Verschmutzt zwar auch alles. Oh, wir brauchen jetzt Arbeiter. Jede Menge. Zack. Ähm, ja, noch haben wir ein paar Bauern. Zack. Dann steigt mal. Und dann müssen wir zusehen, dass wir Seife herstellen. Seife, 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 Seife. Und brauchen gleich wieder Bauern. Es ist doch alles verzwickt. so davon brauchen wir auch zwei straße lang und seife so und es gibt frische bauern so nein die sind natürlich mit per woll gewaschen hier kommt nichts mehr frisch hier eine straße lang da ist schon wunderbar hier können auch noch mal bauen häuser entstehen hier auch noch mal einfach so ein stück weg hier noch ein stück weg passt wir haben noch noch ein paar holz hier noch mal ein paar bauern häuser hier noch mal welche hier noch mal welche und da war es dann auch wieder mit dem holz wir brauchen frisches holz hauptsache das steigt jetzt 34 es ist der knüller so neue welt sind wir schon wir sind bei der insel angekommen hier noch mal ein konto und jetzt haben wir keine doch wir haben noch holz wir haben noch genügend holz und stahl das sage ich dir nicht für eine insel mache ich mache ich leicht erhöht nein waffenstillstand unmöglich unmöglich kriegerklärend möglich ja den krieg will ich aber noch gar nicht mit ihm erklären wunderbar es steigt hier steigt es 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 steigt wunderbar seife können wir noch nicht wir haben noch kein stahl schiffe schnaps und klamotten können wir abliefern also klamotten steigt sogar mega schnell wieder so holz würde ich am liebsten nicht mitnehmen wollen steine können wir aber mitnehmen und dann kannst du wieder hier nach oben fahren das kleine schiff wurst und segeltuch und dann kannst du bitte einmal wieder hier unten hin fahren was müssten wir denn hier eigentlich erweitern kanonengießerei kanonengießerei hochofen und stahlwerk da ist unsere bilanz wieder für ein poppes aber wir können hier auch kanonen und stahl produzieren auch gar nicht nur so schlecht brauchen wir noch ein paar arbeiter das fehlt hier eigentlich eigentlich fehlt hier bloß brot brot können wir nicht herstellen weil uns das item fehlt gut hier können wir aber brot herstellen und dann könnten wir das da hinten hin liefern lassen irgendwie irgendwo irgendwann wir haben stahl reicht aber noch nicht das glaube ich auch wir wollten noch schissbrüchige retten das ist gerade frei soja das soll es aber auch von dieser folge gewesen sein ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wünsche ich wünsche euch einen wunder wunderschönen tag ja würde mich natürlich freuen wenn ihr leicht und abonniert da wird gleich noch einen auftrag und dann sehen wir uns sehr sehr gerne in der nächsten folge auf meinem kanal wieder bis dahin ciao macht's gut lasst euch nicht ärgern bis denn Tschüss.